Schönen guten Tag erstmal. Gratuliere zu Wiesbaden. Auch verdienter Sieg. Die haben sie zielstrebig clever gespielt. Wir haben die erste Halbzeit nicht die richtige Lücke gefunden. Ballbesitz in Niemandsland. Dann praktisch ein Schuss, ein Tor. Wir haben die Geschenke hergenommen. Die Barco hat Balleroberung gehabt und hätte 1-1 machen können. Wir sind ein bisschen besser rausgekommen. Gerade in der Phase, in der wir ein bisschen Druck gemacht haben, kommen wieder die Konteraktionen von Wiesbaden. Die spielen sehr sauber aus. Das haben wir auch gewusst. Die Mannschaft war vorbereitet und trotzdem ausgekontert. Zum Schluss habe ich auch das Gefühl, wir hätten noch fünf Stunden gespielt, wieder die gleiche. Wir haben keine große, klare Torschance und werden immer wieder ausgekontert. Den Tag für uns muss man schnell vergessen. Es war sehr schön hier, weil Sonne gegeben in Berlin. Momentan gibt es keine Sonne. Das war erst mal ein gutes Gefühl. Aber nach dem Spiel ist es ein bisschen schmerzhaft. Eine Reise umsonst. Ich kann nicht mal sagen, dass wir Lehre ziehen müssen, weil die Mannschaft vorbereitet hat. Da kommt gar nichts, wo man sagt Überraschung gewesen. Und zum Schluss noch mal verdient der Sieg und noch mal Glückwunsch für die Gegner. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, ich habe ein sehr intensives Spiel gesehen, zwar von beiden Seiten. Es war, glaube ich, sehr interessant, sehr viele Tormöglichkeiten. Ein sehr offenes Spiel. Ich habe auch immer wieder schon so von Berlin gesehen, aber wir waren auch immer torgefährlich, haben richtig gute Situationen gehabt, richtig gute Angriffe gehabt. Und mit dem 2-0, glaube ich, dann hatten wir das Gefühl, es in unsere Richtung gebracht zu haben. Aber ich hatte da schon das Gefühl, vorher war, glaube ich, noch ein Kopfball, den Strille hält. Dann hat Strille noch mal eine Situation. Es gab so ein, zwei gute Chancen von Berlin, wo ein Spiel auch immer noch mal in eine andere Richtung kippen kann. Aber wir haben immer eine Antwort gehabt. Wir haben dann nach dem 2-1 auch dann mit einem überragenden Angriff dann durch Teilen Goppel das 3-1 gemacht. Und so steht unterm Strich. Eine richtig gute Mannschaftsleistung. Ein richtig guter Fußball hier, glaube ich, den wir unseren Leuten hier geboten haben. Das war schön. Heimspiel, gutes Wetter, wie Paul gesagt hat. Zum ersten Mal ein bisschen Sonne und dann ein Spiel von uns, was, glaube ich, die Herzen auch erwärmen konnte. Also ich bin froh, dass die Mannschaft auch nach dem Magdeburg-Spiel, da waren wir nicht zufrieden und haben uns alle irgendwie selbst so ein bisschen angepisst. Und dass wir hier so befreit aufgespielt haben und ein richtig gutes Spiel gemacht haben, freut mich. Freut mich umso mehr für die kommenden Aufgaben. Gibt das natürlich auch Selbstbewusstsein, wenn du so ein Jahr startest mit einer Niederlage, auch wenn die Vorbereitung gut war, weiß man nie genau, wo man steht oder wie es jetzt weitergeht. Und heute haben wir, glaube ich, gezeigt, dass wir nach wie vor für jeden Gegner gefährlich sind und auch jeden schlagen können. Und das nehmen wir gerne mit. Danke sehr.